Wer rastet, der rostet. Dieses bekannte Sprichwort besagt, dass Bewegung für unser Leben unerlässlich ist. Besonders ist es der Sport, der uns erst beweglich macht. Leider haben nicht alle Menschen die Möglichkeit, Sportarten auszuüben. Und genau für diese Probleme ist die Firma REC-Technik der richtige Ansprechpartner. Wir stehen hier am Stand der Firma REC-Technik und ich begrüße jetzt Herrn Hugger. Herr Hugger, welche besonderen Geräte stellen Sie hier am Stand aus? Ja, zuerst muss ich dazu sagen, unsere Motomed-Bewegungstherapie-Geräte sind eigentlich keine Sportgeräte. Diese Geräte sind mit einem speziellen Antrieb und mit einer speziellen Software ausgestattet, die es Patienten ermöglicht, die aufgrund einer Krankheit, die aufgrund eines Unfalles nicht mehr die Möglichkeit haben, sich täglich ausreichend zu bewegen. Denn diese Patienten können jetzt mit unseren Motomed-Geräten täglich ihre oberen und unteren Extremitäten durchbewegen, weil Bewegung einfach für jeden Menschen eine ganz wichtige Geschichte ist. Wo finden Ihre Produkte in erster Linie Anwendung? Seit über 30 Jahren werden unsere Motomed-Bewegungstherapie-Geräte hauptsächlich bei neurologischen Patienten eingesetzt, also bei Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Schlaganfall, Parkinson, Schädel-Hirnverletzungen, Querschnittspatienten. Welche Erfahrungen haben Sie bereits gesammelt mit diesen Geräten? Ja, wir haben eigentlich eine sehr, sehr langjährige Erfahrung. Die Motomed-Therapie-Geräte sind schon seit 30 Jahren auf dem Markt. Und seit über 20 Jahren werden unsere Motomed-Therapie-Geräte auch als Hilfsmittel von den gesetzlichen Krankenkassen anerkannt. Das heißt, sehr, sehr viele Patienten üben täglich zu Hause mit dem Motomed. Die Beindurchblutung wird verbessert. Das merken die Patienten einfach auch daran, dass zum Beispiel kalte, schmerzende Beine nach dem Training wieder angenehm warm sind. Dann hat die passive Bewegung auch noch den Nutzen, dass die Gelenke bewegt werden. Die Gelenke beweglich bleiben, die Verdauung angeregt wird. Wir haben auch ein spezielles Modell, bei dem man beide Extremitäten gleich durchbewegen kann. Und somit ca. 80% der Skelettmuskelmasse aktivieren kann. Herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mich gefreut.